Für alle, die zum ersten Mal auf unserem Kanal gelandet sind. Wir beschäftigen uns überwiegend mit 3D-Druck und Smart Home, werden aber heute mal diese beiden Themen verlassen. Und zwar nutzen wir eine 3D-Druck-Komponente, die dafür da ist, einen 3D-Drucker zu steuern und bauen diese so um, dass diese als Stream Deck genutzt werden kann. Der Hersteller mag euch vielleicht nicht bekannt sein, wenn ihr in dem 3D-Druck bisher noch nicht unterwegs seid, und zwar BigTreeTag. Das könnt ihr aber trotzdem auch ohne Vorkenntnisse nutzen. Ich zeige euch in den nächsten Minuten, wie ihr dieses Board so modifizieren könnt, dass es danach als Stream Deck an den PC angeschlossen werden kann. Und zwar möchte ich dieses Board als Stream Deck benutzen. Warum möchte ich dieses einfach modifizieren? Da mir bei Elgato die Preise viel zu hoch sind, ich aber so ein Deck brauche, um bei Livestreams die Szenen schnell hin und her wechseln zu können. Dazu habe ich erstmal die Preise verglichen und festgestellt, dass auch das kleinste Modell von Elgato mir einfach so teuer ist. Demzufolge wird dieses BigTreeTag Board dafür jetzt einfach herhalten müssen. Wo könnt ihr euch dieses Board nun kaufen? Einerseits ist es bei AliExpress verfügbar. Das ist ein asiatischer Markt, wo ihr mit ein paar Tagen Versandzeit rechnen müsst. Wollt ihr dieses Board schneller bei euch haben, dann kann ich euch den österreichischen Shop 3D-Chake empfehlen. Dort ist der Versand innerhalb weniger Tage erfolgt und das Board bei euch. Und dort kostet es zurzeit 14,99 Euro. Ihr könnt gerne unsere Links in der Videobeschreibung nutzen. Das sind Affiliate Links. Das heißt, wir würden eine kleine Provision für den Kauf bekommen, damit ihr weitere solche Videoprojekte unterstützen könnt. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Habt ihr gewusst, dass ihr unsere Videos ohne Abo leicht aus eurer Timeline verlieren könntet? Diese Grafik zeigt, dass viele von euch noch nicht abonniert haben. Mit einem Abo stellt ihr sicher, dass ihr keine unserer neuen Videos verpasst. Denn kleinere Kanäle wie unserer erscheinen oft nicht automatisch in eurer Timeline, wenn ihr uns nicht folgt. Ein einfacher Klick auf den Abonnieren-Button hilft uns sichtbar zu bleiben und weiterhin die Inhalte zu erstellen, die ihr mögt. Wir freuen uns über jeden Abonnenten und danken für eure Hilfe. Bevor wir einsteigen, schauen wir uns aber einfach noch mal das Mainboard an. Auf der Vorderseite könnt ihr Switche erkennen. Diese sind auch bei einer Tastatur so verbaut und dort könnt ihr dann später eure Makros hinterlegen bzw. euren Programmcode. Diese Switche haben integrierte NeoPixel, das heißt, ihr könnt die LEDs in jeder beliebigen Farbe ansteuern. Das wird über den USB-C Anschluss realisiert. Auf der Rückseite findet ihr weiterhin den Boot-Knopf zum Firmwareflächen und ihr findet noch einen Anschluss für 5 Volt, um vielleicht noch Peripheriegeräte dort mit anschließen zu können. Was brauchen wir für dieses Projekt? Wir brauchen als erstes dieses Boot. Für die, die nicht aus dem 3D-Druckbereich kommen, müssen sich überlegen, wie sie dieses Gehäuse herstellen können. Entweder fragt ihr einen Freund, der einen 3D-Drucker hat, oder ihr schaut euch einfach mal um. Vielleicht ist auch das 3D-Druck-Hobby etwas für euch. Die, die einen 3D-Drucker haben, können auf der folgenden Seite sich das Gehäuse und die Knöpfe herunterladen, sowohl als direkte Druckdatei als auch als Step-Datei, sodass ihr diese dann später noch nach euren belieben anpassen könnt in eurem Cut-Programm. Wie sehen die Knöpfe aus? Ich habe die von BigTreeTag einfach mal in meinen Slicer geladen und dort könnt ihr sehen, dass die Buttons auch schon mit Multi-Farben-Druck ausgestattet sind, sodass ihr eure eigenen Buttons direkt optisch hervorheben könnt. Ich druck mir meine jetzt aber erstmal einfarbig aus und nicht in Farbe, sondern in transparent, damit die LEDs besser zum Vorschein kommen. Wie sehen nur die einzelnen Teile aus? Als erstes zeige ich euch die Buttons. Ich habe sie einmal in klar schwarz und dann einmal in transparent gedruckt. Diese können von euch aber modifiziert werden. Des Weiteren sieht man hier den Gehäusedeckel, das Oberteil und dort wird das Board dann eingesetzt. Ihr könnt dieses auch modifizieren, um euch an der Seite noch einen geneigten Halter anzubauen. Das habe ich aber jetzt bei diesem Projekt erstmal nicht gemacht. Jetzt seht ihr, wie die einzelnen Caps auf die Switches gedrückt werden und die Funktion ist sofort gegeben. Nun müssen wir nach dem Zusammenbau die Firmware installieren. Dazu habe ich euch eine Raddatei zusammengestellt, wo alles Benötigte zu finden ist. Einerseits könnt ihr hier die Firmware finden, als auch die Files, die ihr im späteren Verlauf benötigt, um den Code auszuführen. Wie könnt ihr nun vorgehen? Ihr schließt das PCB an euren PC an, achtet aber dabei darauf, dass die Boot-Taste auf der Rückseite des PCBs gedrückt gehalten wird. Danach öffnet sich ein neues Explorer-Fenster und dort schiebt ihr die UF2-Datei hinein. Danach wird der Kopiervorgang ausgelöst und wenn der Flash-Vorgang erfolgreich war, hört ihr das USB-Entfernen-Geräusch bei euch bei Windows und das Fenster schließt sich und es öffnet sich ein neues Fenster. Dort kann es sein, dass ihr jetzt eine Boot-TXT-Datei habt oder das noch leer ist. Ihr nehmt euch jetzt in dem Unterordner die Files und schiebt diese hier hinein. Dort ist der Python-Code hinterlegt, der dafür sorgt, dass die Knöpfe dann auch eine Funktion haben und die NeoPixel anfangen zu leuchten. Welche Funktionen hat das Board nun? Einerseits lösen die Tasten ein STRG-SHIFT-Nummernbefehl aus, je nachdem welche Taste ihr drückt und weiterhin könnt ihr, wenn ihr die Taste dreimal schnell hintereinander drückt, die LEDs von der Farbe wechseln, so wie ihr eure Buttons belegen wollt. Wollt ihr den Code ändern und neue Funktionen hinzufügen, dann könnt ihr die Code.python-Datei öffnen. Dort ist der Code, den ich dafür erstellt habe, zu finden und ihr könnt Funktionen erweitern, neue Farben einfügen oder auch statt Steuerung, Umschalt und eine Nummer auch eine andere Tastenkombination eingeben. Mehr ist zu diesem kleinen Projekt auch nicht zu sagen. Ihr findet die Kauf-Links in der Videobeschreibung und könnt jetzt eure Kreativität freien Lauf lassen. Mich würde es freuen, wenn ihr eure Designs oder Erweiterungen in unserem Discord-Server postet oder vielleicht auch in den Kommentaren zu diesem Video, so dass wir diese, wenn ihr uns diese freigebt, auf den Quietbook sammeln können, so dass jeder davon profitieren kann. Ich bin gespannt auf eure Designs von den Logos und viel Spaß beim Nachbauen und bis zum nächsten Mal. Ihr wollt mehr zum Thema 3D-Druck erfahren, dann schaut euch doch einfach diese beiden Videos an. Im ersten Video geben wir eine kleine Kaufempfehlung über Drucker im unteren Preissegment. Im zweiten Video zeigen wir euch dann via den Slicer. Das ist ein Programm, mit dem ihr dann euren Drucker mit Aufgaben sozusagen versorgt, einrichten könnt, um eure ersten Modelle zu drucken.